Yo, Kaspar! Guck mal, wo wir sind! Teamwork! Ich bin braun! Und ich bin blau! Ich aktiviere dir jetzt... Ne, warte mal, Wasser darfst du nicht haben. Nein, ich darf kein Wasser haben. Wir müssen irgendwie... Doch, du musst rüberschwimmen! Schnell schwimmen rüber! Geht das? Ja? Okay, aktivier mir, aktivier mir! Oh mein Gott, wir müssen uns immer helfen hier! Okay, warte mal, ich bin jetzt braun hier drauf und jetzt... Oh mein Gott, schnell! Hör doch um, nach oben! Nein! Schaffst du nicht mehr, oder? Wir haben es auch geschafft! Bisher kam blau nur ein einziges Mal, Bro! Voll blöd, dass ich nicht braun genommen habe! Jetzt ist es zweimal braun! Oh Gott! Nächste! Warte! Oh Gott, ich habe die beiden runtergeschubst! Die Arme, Alter! Hier oben ist blau! Ich kann dich holen jetzt, glaube ich! Okay, wie soll das gehen? Und jetzt! Mit Wasser? Los, komm, schwimmen hin! Oh mein Gott! Nein, ich kann hier nicht hochschwimmen! Geht das? Ich bin hochgeschwommen! Okay, warte, hier ist braun! Jetzt! Oh Gott! Oh Gott! Ja, okay! Okay, alles gut, geht drauf, durch die Wand durch! Und damit Level Nummer eins! Easy! Okay, eins gehalten! Geil, okay! Das war aber gerade erst nur eine Stufe von neun! Oh mein Gott, das wird doch so krass schwer werden! Okay, jetzt haben wir Farben! Ich nehme mal blau und du nimmst rot! Okay, aktivier mal so Spikes im Wasser, ne? Oh mein Gott! Oh ja, ich sehe die Spikes! Ich aktiviere für dich! Hier, jetzt müsstest du gehen können eigentlich! Ja, die Spikes sind weg, ne? Ja, ja, ich bin entspannt gehen! Und hier ist rot! Ja! Oh! Nächsten rot vielleicht? Ne, warte, nochmal rot, nochmal rot! Jetzt! 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 Jawollo! Okay, und jetzt komm hoch hier! Warte! Warte! Und rauf da! Sehr gut! Sehr gut, sehr gut! Easy! Hier die Spikes im Weg! Au! Soll das! Okay, und hier ist durch! Und Ausgang! Alter, easy! Alter, bro, wir spielen heute gut im Team, ey! Easy, ich weiß! Easy, alter! Okay, Stufe 3, auch kein Problem! Nimm ich mal orange! Blau! So, und nur die Orangen kommen in den harten Garten, weißt du? Nur die blauen sind die schlauen! Nee, nur die blauen sind die schlauen! Okay, warte mal, ich geh mal auf blau! Hat das schon irgendwas für dich gemacht jetzt? Also, ich guck mal, ich geh jetzt mal auf orange! Schnell! Und jetzt? Zurück in die Mitte! Wieso? Oh mein Gott, da ist ein Timer jetzt aktiviert worden! Oh oh! Oh, behal dich! Schnell bist du rüber! Easy, 10 Sekunden, 10 Sekunden, alles gut! Haben genug Zeit, okay! Ja, okay! Pass auf, jetzt geh du auf orange! Geh du auf orange! Jetzt hast du mir die Spikes weggemacht und jetzt kann ich nämlich auf blau gehen! So, und jetzt mach ich dir da drüben das weg! Und jetzt musst du auf Lila gleich! Aber du musst, wenn du zurückkommst, pass auf, du musst, wenn du zurückkommst, direkt auf Lila, ja? Du musst direkt auf orange wieder gehen! So, und jetzt, auf orange, auf orange! Okay! Oh, und los! Da reicht es! Let's go! Oh mein Gott! Nein! Was? Du hast mich reingeschubst! Alter, ich hab's auch geschafft, Gott sei Dank! Ich hab dich nicht reingeschubst! Das war so close! Ich hab dich reingeschubst! Nein, hab ich mich! Teamwork! Nein, unkorrekt! Geh rauf in den Flussschacht! Und spring! Ich spring doch schon! Kommt keine Luft raus? Hä? Nein! Ah! Oh mein Gott! Okay, kannst du deine Leiter aktivieren wahrscheinlich, ne? Nochmal! Geh nochmal rauf! Ah! Was machst du denn? Hast du geklagt oder das? Nein, weil du einmal runtergegangen bist! So, jetzt! Noch einmal! Wuuu! Ne, warte jetzt! Das kommt voll die Leiter bei dir glaube ich an oder so! Keine Ahnung! Hier! Okay! So! Ey! Mach sofort die Leiter dahin, nachdem ich dir so geholfen habe! So, ja, tut mir leid! Oh! Geht auf einmal runter! Was soll das? Wer warst oben, Bro? Bitte! Lass das mal jetzt da! Und da bin ich! Ah! Oh mein Gott, Digga! Du wolltest es auch wissen, Alter! Okay! Sehr gut! Okay! Hier! Hä? Nein! Das Grau! Den aktiviere ich dir nicht! Ah ne! Den musst du ja aktivieren! Nö! Jetzt aktiviere ich dir den nicht! Nö! Komm! Mach schon! Stopp! Okay! Hier ist Pink! Und jetzt? Hä? Da unten runter oder so! Warte mal, das ist ein Timer gerade gewesen! Wo ist ein Timer? Hä? Du musst doch irgendwie einmal zurück oder so! Hier ist nochmal Pink! Am Spawn! Wie am Spawn! Ja man! Da geht so ein Timer runter! Wo denn? Unter dir ist weiß! Guck mal unter dir! Ich geh jetzt drauf! Guck! Jetzt geht so ein Timer runter! Da musst du jetzt irgendwas machen! Hier ist aber weiß unter mir! Hier ist ein weißer Knopf unter mir! Hä? Okay! Dann musst du auf den pinken Knopf gehen oder so! Keine Ahnung! Kann sein, ja! Warte mal! Müssen wir das vielleicht hinschieben? Diesen Block! Den großen! Den musst du hier auf das weiße gehen! Auf das weiße? Okay! Warte! Das ist ein weißer Knopf! Zack! Und jetzt? Oh mein Gott! Du hast den Block auf das Lirne geschoben! Ja Bro! Toll! Achso! Ich hab's nicht mehr! Nee jetzt grad nicht mehr! Du musst ihn wieder zurückschieben und ich bin schon runter gesprungen! Oh nein! Ist aber nicht schlimm! Ist nicht schlimm! Ist nicht schlimm! Natürlich das schwimmen! Du musst nochmal hier die Leiter nach oben geben! Also echt! Komm runter! Du musst hier runter! Und dann müssen wir gleich direkt rein! Ready? 3, 2, 1, go! Hä? Ich hab drauf gedrückt! Was machst du denn? Bro! Ich hatte drauf gedrückt! Ey! Du bist eigentlich richtig schlecht! Ich hab drauf gedrückt! Ich schwör's dir! So! Okay! Ja! Bleib länger drauf stehen! Jetzt! Okay! Oh mein Gott! Nein! Schau was kaufen! Was? Bro! 0,1 Sekunde hatte ich noch! Okay! Stufe 5! So nach oben! Zack! Grün! Hä? Achso warte locker hier oben oder? Ja hier ist Braun! Zack! Hier ist ein Block! Den kann ich runterschieben auf grün! Alter hier ist leicht! Ich schiebe ihn zu dir runter! Schiebe ihn zu dir runter! Hier ist ne Kugel! Ah! Die kann ich runterschieben auf... Auf was denn das? Auf lila! So zu früh! Ah ne warte das richtig! Und das auf grün! Ja! Oh Gott! Oh Gott! Easy! Rider! Geh rüber da! Okay! Du musst rüber! Ich bin weiß ja! Jetzt musst du drauf drücken! Dann kann ich... Wo rüber? Hä? Hä? Nein! Was ist denn? Warte mal! Geh auf den blauen Block unten! Geh auf den blauen Block unten! Ja! Ich bin doch aber gar nicht blau! Du musst ne Kugel holen! Dann aktivierst du aber das blaue da drüben! Ich bin nur ein Schneeball! Kannst aktivieren! Geh lila! Geh lila! Pass auf! Ich mach das glaube ich! Ich mach das dann! Ah! Oh mein Gott! Okay! Dann müssen wir rüberschieben! Mach ruhig! Lass los jetzt! Lass los! Achso! Lass doch los! Ah! Okay! Und jetzt? Ne! Ich muss rüber! Du musst rauf gehen! Egal! Das ist auch korrekt, Alter! Ich wusste nicht, dass du auf einmal los springst! Okay! Jetzt mach doch! Ja! Okay! Oh mein Gott! Den müssen wir jetzt vielleicht zurückbringen oder so oder? Ja! Ich glaub den musst du... Schieb den auf lila! Ja! Schieb den auf lila! Schieb den auf lila! Okay! Nein Bro! Der Block war um da rauf zu klettern! Spring! Der Block war um da rauf zu klettern Bro! So! Okay! Jetzt kommst du her! Ja! Und jetzt muss ich den... Die Frage ist wirklich wie du später wieder rüber kommst! Das ist auch die Frage! Mich auch! Bro! Was machst du? Das ist auch weg! So jetzt hol ich Bro! Zack! Und jetzt muss ich irgendwas mit dem Würfel machen! Ja! Ich weiß es! Ja! Ich weiß es auch! Nein! Was machst du denn? Natürlich! Natürlich! Nein! So jetzt pass auf! Du checkst ja gar nichts Digga! Jetzt muss ich rüber! Und du musst dann... Natürlich! Und jetzt musst du auf den Würfel springen und dann auf Eis gehen! Ja! Oder nicht! Okay! Dann viel Erfolg jetzt mal mal rüber kommen! Kaspar! Wieso? Wie hättest du es denn gedacht? Ja komm mal rüber! Ja! Merkst du selber ne? So pass auf! Wie macht man das denn dann? Ich weiß jetzt wie es geht! Also du holst jetzt... Pass auf! Du holst jetzt den braunen Block! Ja! Und schieb ihn auf lila wahrscheinlich! Schieb ihn auf lila! So! Wir gehen rauf! Und jetzt komm mit! Und jetzt gehst du nochmal auf braun! Oh mein Gott Digga! Das stimmt! Unglaublich! Oh mein Gott Digga! Wie haben wir dafür so lange gebraucht! Weil du einfach nicht nachgedacht hast! Okay jetzt auf weiß! Ja Bro! Hä? 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 Einfach ein Schneeball! Okay! Ich nehme das weiß! Hier ist dein Portal für dich! Reiner! Wo bist du? Wo bist du rausgekommen? Ja! Ja wie soll ich jetzt rüber? Ja Bro! Du musst irgendwie pink drücken oder so! Oder weiß oder sowas! Ja ich drück weiß! Ah ja! Warte mal! Ne! Bring doch nicht durch dein Portal! Geh dann! Ey Mann du hast jetzt schon... Was hast du gemacht? Hast du gemacht? Jetzt ist hier die Brücke auf! Bleib da! Bleib da! Bleib da! Wo du grad bist! Bro! Was machst du denn? Ja die Brücke ist noch gar nicht offen! Warte doch! Die eine ist noch nicht offen! Nächste Brücke jetzt! Ja ich kann jetzt gar nicht mehr hochgehen! Du hast mich runterreportiert! Hä? Aber nicht bewusst! Pass auf! Pass auf! Ich weiß nicht wie es geht! Ich muss einfach runterspringen! Ich sehe dich auch gar nicht! So! Ich nehme nochmal weiß! Ich mache hier ein Portal auf! Ja! Ja! Zack! Jetzt! Los! Lauf! Wuuu! Wuuu! Okay! Hopp! 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 Okay! Und jetzt? Ich glaube du hättest auch laufen müssen! Ich hätte dich zurück teleportieren lassen müssen oder? Nein! Und jetzt? Warte mal! Ich kann hier weiterlaufen! Drücken wir mal hier auf den pinken drauf! Nein! Ne das ist ein neues Portal! Okay warte mal! Das heißt das ist dann schon der nächste Abschnitt! Ja du hättest zurück... Das ist noch ein anderer Prinker Knopf oder nicht? Ne der bringt nichts! Das ist im Boden! Der ist broke! Das ist ein schwarzer Knopf eigentlich! Pass auf! Ich teleportiere dich hin! Dann musst du zweimal... Aber ich teleportiere random! Ja okay! Okay pass auf jetzt! Ich teleportiere dich! Und los! Nochmal! 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 Ach guck mal die Portale! Ah es müssen die richtigen... Jetzt! Pass auf! Und jetzt! Geh durch! Los! Lauf! Lauf! Jawoll! Endlich! Endlich Digga! Okay und jetzt? So jetzt musst du auf das Portal da wo du jetzt grad bist gehen! Warte! Wo du jetzt grad stehst! So ich kann nämlich jetzt hier vorne auf den Dings gehen! So und durch! Okay! Anderes vielleicht? Ne das andere! Das andere! Ja das ist schon ready! Okay warte dann gehe ich rechts rum! So ja! Sooo! Ja! Sehr gut! Ohne Probleme! Okay! Und jetzt hier! Ja! So jetzt musst du am weißen Knopf sehen! Und jetzt kann ich vielleicht durch das Portal da vorne! Ja! Nein! Geh weiter! Da hast du den Knopf! Hier ne Knopf! Welcher Knopf? Oh ja stimmt! Sehr gut! Okay! So! Okay! Hab ich drauf gedrückt! Und jetzt? Hier durch! Hallo! Nimm doch mit! Ja Bro! Wie soll ich das denn machen? Wie soll ich dich denn mitnehmen? Du bist voll unkorrekt! Geh schnell! Geh schnell von hier an den Knopf! Geh doch nicht! Ich bin doch hier oben gefangen! Du musst mich doch erst zurückholen! Noch nicht rauf gehen! Noch nicht rauf gehen! Ja! Ich warte noch! Komm rüber hier! Und jetzt rauf gehen! Jetzt! Sehr gut! Sehr sehr wichtig! Ok! Drei Sieger halten! Stufe 7! Stufe Nummer 7! Oh Gott! Ich nehm' Gelb! Ich bin auch schwarz. Aua! So, dann zeig mal was du als gelber drauf hast. Hä? Was machst du denn? Oh mein Gott, da siehst du die richtigen... Oh, sehr gut, jetzt schwarz. Sehr gut, ja, danke. Oh mein Gott. Also echt. Also echt. Also echt. Sag mal. Hallo, konzentriert. Ich weiß nicht, was hier los ist gerade. Bro, was hier los? Was machst du da? Was machst du denn da? Millimeter für Millimeter, Digga. Wie schlecht bist du denn? Bro, das ist so hardcore. Steht auf dem Handy, das ist leicht. Jetzt stehe ich hier unten, Digga. Was machst du denn da? Okay, ich hab's. Unglaublich, Alter. Unglaublich. Ey. Okay, und jetzt kann ich hier oben. Hä, das war's? Wie easy war denn das? Naja, für dich war's ja nicht so easy. Stufe 8 hier vorne. So, vier wins bekommen wir dafür. Stufe 8, legen rein. Okay, weiter. So, oh mein Gott, jetzt müssen wir wirklich Teamwork. Oh mein Gott, Digga. Küchenbraun. Oha. Los. Heilung. Ready. Na. Ready. Los. Oh mein Gott. Nein, ich wurde erwischt. Raub. Ey. Bro, ich geh nicht mehr. Ich wurde erwischt. Du musst zurück. Oh. Wir können ein bisschen mehr chillen. Weil die kommen noch late rein oder so. Und. Schnell. Easy, easy. Ey. Hä? Ich hab mich runtergedrückt. Sorry, sorry, sorry. Oh mein Gott. Okay, aufpassen. Und los. Mann, warum gehst du denn auf Braun? Was ist jetzt rum, ey? Also komm. Schnell. Wir sind nicht mehr gedeckt von der einen Seite, Digga. Okay, jetzt. Bro. Also echt. Also echt. So. Okay, 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 okay. So. Okay, 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 okay. So. Okay, 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 okay. Okay, 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 okay. Bro, du bist so uncorrekt. Ich hab doch nichts gemacht. Natürlich, du hättest genau reingeschubst, Digga. Aber es lauf einfach. Lauf. Wahrscheinlich lauf einfach, oder? Wahrscheinlich lauf ich jetzt das einfach. Ich schaff's auch. Weiter. Grau, grau. Oh mein Gott, los. Oh, ich kaputt. Geh doch hoch. Geh doch hoch. Geh doch hoch. Geh doch hoch. Warte, wie du die ganze Zeit runtergegangen bist, Junge. Schnell. Okay. Schnellbeheilung. Sieb Sekunden. Oh mein Gott. Große Finale hier. Grün. Okay. Und los. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Geh zu, ne? Geh zu. Ah. Nein. Nein. Go. Oh Gott. Oh, ja. Okay. Hier kannst du drücken. Hier kannst du drücken. So, jetzt schnell den zweiten. Okay. Da. Und jetzt? Oh mein Gott, da muss ich jetzt. Hä? Ne, ach du musst den anderen grünen. Ah. Den anderen grünen, schnell. Ja. Wenn ich da bin, wenn ich da bin. Ach, Mann. So. Okay. Ne, jetzt nochmal. Okay. Weiter, weiter. Hä? Ich muss da oben, Bro. Nicht da unten. Okay. So. Und jetzt hier letzter. Okay. Okay. Ach, Bro. Das ist nicht dein Ernst. Da kommt man nicht rüber, Digga. Das ist nicht dein Ernst. Ja, noch höher, noch höher. Da kommt man fast nicht rüber. Okay. Ja, jetzt hab ich's. Okay, ready? Was wird das? Ja, okay, okay. So. Und jetzt. Aktivier, geh drauf. Und ich aktivier. Los. Okay, warte. Das ist locker, damit ich zurück kann, Digga. Du musst auf die Grünen drüben bei dir drüben. Schnell. Ich muss auch noch rüber. Ich muss auch noch rüber. Du musst auch noch rüber. Digga. Du verständest meine ganze Zeit. Geh schnell rauf. Geh schnell rauf. Geh drauf. Oh nein. Oh mein Gott. Ey, Bro, was machst du denn auch? Nein. Geh schnell rauf. Was denn? Auf runter springen meine ich, drauf gehen. Bro, ich hab dir ein Checkpoint bekommen. Geh drauf, okay. Jaaaa. Hier ist easy. Easy peasy. Bist du drauf gegangen? Hier ist die peasy. Wie kann man nur so schlecht sein? Hä? Bist du schlecht? Bro, das sind 6 Sekunden nur noch. Bro, sieh zu. Ja, warte. Was machst du denn? Bro, du springst viel zu spät ab. Alter. Das ist schwarz-weiß. Wer hat sich das schwarz-weiß gekauft? Hier Idiot. Jaaaa. Was machst du, Digga? Du bist einfach nur überschlecht. Hä? Wie soll das gehen? Wie soll das gehen? Wie soll das gehen? Digga, ich komme gleich zurück und mache es nochmal auf entspannt. Alter, ich spring da schon. So, zack. Pass auf. Geh drauf. Ja, jetzt schaffst du es nie wieder, Digga. So, und jetzt guck. Natürlich. Und jetzt hier direkt rüber. Direkt rüber. Hä? Und direkt rüber. Bro, das ist das Einfachste, was ich hier jetzt gemacht habe. Der hat nicht gekauft. Du bist einfach nur ein Rentner, Digga. Gar nicht. Juhu. Entkommen. Alle schwarz-weiß jetzt. Komm, lass uns mal eine Runde schwimmen gehen, Kaspar. Ich trau mich nicht. Ich kann das nicht. Wirklich. Äh. Okay, warte. Ich geh. Oh. Oh. Schnell. Weiterschwimmen. Weiterschwimmen. Raus. Oh nein. Ey, wir sind noch viel zu schlecht. Wir müssen gerade überhaupt erstmal schwimmen lernen, Kaspar. Oh Gott. Wie geht das nochmal? Ich hab nicht mal Seepferdchen. Wo muss ich hin? Ich hab auch kein Seepferdchen. Lass mal hier kurz gucken, ob wir jetzt hier irgendwo einen Lehrer haben, der uns das beibringen könnte. Das ist so ein Glücksrad. Wollen wir hier vielleicht erstmal dran drehen? Kann man dran drehen? Einfach so? Ja, komm. Ja, Mann. Dann drehen wir mal. Ne, man kann nicht. Doch, ich hab was bekommen. Einen Trophy portion. Ich auch. 15 Wins hab ich gerade bekommen. Cool. Mit diesen Wins kann man natürlich Eier kaufen. Was? Du bekommst so 15? Oh mein Gott, hier können wir stärker. Oh mein Gott, hier kann ich üben. Ehrlich? Ich übe schwimmen. Alter, ich hab mir gerade schon ein paar Eier. Alter, was ist das hier? Du musst immer so Kreise drücken. Du musst hier so rein in so Kreise drücken. Wie Kreise drücken? Was siehst du? Oh mein Gott. Ich seh's grad. Hier ist ein richtiges Aim-Training. Alter, umso schneller du drückst, umso schneller wird das hier. Übst du auch? Ich bin jetzt schon bei 37 Schwimmkurs hier. Ich seh's grad. Komm, ich übe damit jetzt schon zu schwimmen. Vielleicht komm ich damit jetzt schon weiter. Ohhhh. 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 Jaaaa. Hahaha. Was ist? Bist du gut dabei? Ey, was war das denn? Immer noch nicht weit gekommen. Ich habe jetzt 39 Schwimmflossen. Oh, nicht schlecht. Nicht schlecht. Also ich kriege die ganze Zeit dieselben Haustiere. Ich werde jetzt wieder schwimmen gehen. Komm, wir gehen rein hier. Willst du wieder schwimmen gehen? Jaaaa. Bist du? Oh mein Gott. Guck, wie ein Profi schwimmt der. Komm schon. Nein, schon wieder verloren. Digga, das kann doch nicht sein. Sag mal. Was ist denn hier? Wir haben nämlich keine Dinge. Wir müssen Wins bekommen, glaube ich. Ja, safe. Safe. Ja, und dadurch. Dafür müssen wir aber erstmal trainieren. Hier, kannst du auch schon am nächsten gehen? Ja, kannst du. Ja, ich bin auch am nächsten. Alter, ich kriege mal viel mehr jetzt. Ja, ja. Safe. Alter, wir können auch gleich direkt schon weiterschwimmen, ne? Oh mein Gott. Du musst aufpassen. Ja, man kann auf jeden Fall gleich weiterschwimmen. Wo hast du überhaupt schon drei Haustiere her? Ich habe gerade einfach Glück gehabt mit 15 Wins. Alter, was? Alter, ich sehe gerade. Ich habe auch noch Geschenke. Was ist denn alles da? 15 Wins hier habe ich auch jetzt. Warte mal. Was ist, wenn wir jetzt schwimmen gehen? Wenn wir jetzt schwimmen gehen? Kennen wir, glaube ich. Oh mein Gott. Easy. Rare! Das krasseste habe ich bekommen. Was? Alter, wie kann man so ein Glück haben? Nochmal Rare, beim nächsten auch das krasseste. Was? Digga. Wie viel Glück hast du denn? 100 und 150 Prozent geben die beiden. Digga ist das ein Glück, Alter. Aber guck mal, das Ding ist, du musst jetzt gleich 20 Wins haben und dann können wir in den nächsten Bereich rein. Jetzt werden wir nicht mehr Wins bekommen. Bro, das war immer das krasseste. Wie wahrscheinlich ist das? Das ist ja unwahrscheinlich, Alter. Wir sind auf jeden Fall richtig Glück gehabt jetzt hier. Ich schwimme weiter. So. Das geht auf jeden Fall gut, gutes Schwimmtraining jetzt hier. Oh mein Gott, jetzt bekomme ich schon 81 jedes Mal pro Schwimm, pro Sekunde. Du kriegst 81. Alter, ich bin schon bei 1000 Schwimmkurs jetzt, Alter. Ich habe schon Bronze gleich. Alter, ich bin so ein krasser, schneller Schwimmer. Oh mein Gott. Ja. So. Ich habe jetzt Dingens. Ich habe jetzt genau 20 Wins und ich kann jetzt hier in den nächsten Bereich weiter schalten. Was? Alter, ich auch. Oh mein Gott. Ich bin der anders krass, schneller Schwimmer. Und ich bin einfach jetzt hier im Alter. Was kann man jetzt hier machen? Ich bekomme drei Wins pro jedes Mal durchschwimmen. Wow. Hier hat man... Warte, was ist denn jetzt hier Schwimmer? Oh. Oh. Oh, okay. Ich bin zu langsam. Okay, dann muss ich hier ein bisschen trainieren. Wie viel Schwimmkurs hast du? Also wie viel Profi-Dings bist du jetzt gerade? Wie viele Flossen? Wie viele Flossen ich habe? 2600. Zwei? Wie saßen so viele Flossen jetzt schon direkt? Weil ich die ganze Zeit im Klicken bin. Ich habe auch den nächsten Bereich hier. Los geht's. So, guck mal jetzt hier. Zack. Ich kenn's ja auch schon in den hier rein. Ja. Ab wann kriegt man den? Ab wann kann man da rein? Ab 4100. 4100 schon. Krass. Okay. So. Oh mein Gott. Die kleineren. Alter, wenn du die erwischst, ne? Boah. Ja, Mann. Die bringen richtig viel. Die bringen richtig viel. Du musst nur den erstmal finden, weil das ist voll schwer den so zu finden. Richtig unübersichtlich. Kann ich jetzt hier schon krass schwimmen? Ah. Naja, geht. Also ich krieg ja auf jeden Fall 13 Wins direkt. Uh. 13 Wins. Mhm. Oh mein Gott, ich hab voll die krasse Taktik. Wieso? Da kann man viel besser erkennen. Wieso? Einfach unter Wasser gucken. Nein. Boah. Oh mein Gott, stimmt. Zack. Alter. Geheimtaktik. Da sieht man fast gar nichts. Hier komm schon. Ein bisschen Glück jetzt hier hoffentlich. Bitte, bitte, bitte was krasses. So. Boah. Wie viel hast du jetzt? 15.000 und du? Ich hab auch 15.000. Okay. Wir sind also gleich gute Schwimmer jetzt gerade. Hoffentlich angefangen. Lass da schwimmen gehen. So, weil dadurch kriegt man jetzt hier glaube ich bessere Wins. Oh ja. Oh mein Gott, wie schnell du schon bist. Oh ja. Nee. Ich hol dich ein. Jo. Alter, man holt sich ein. 48 Wins. Wie viel hast du bekommen? 48. 38 kriegt man. Ich krieg plus 10 irgendwie für meine Haustiere oder so. Ich hab jetzt die seltensten beiden bekommen bei den ersten Eiern. Ey. Wie viel Glück du einfach hattest. Digga, zweimal das rareste bekommen. Richtig krass. Richtig viel Glück. Wie viel Wins braucht man für den nächsten Bereich? Weißt du das? 3.000. Boah. So 10.000 Jahre drauf sparen oder was? Was ist das denn? Anscheinend schon, ja. Anscheinend schon. So und ich guck grad, man hat auch hier so, uh, 30 Flossen sich grad. Aha. Ja. Und Codes, man könnte auch Codes eingeben. Okay, warte mal, warte mal. Da hab ich grad 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 keiner am Start. Ich überleg grad, ob ich mir Eier holen sollte. Was, du? Oh, Epic. Pfff. Ein Goldfisch einfach. Rare, 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 rare. Kommen. Was bringt der? 500 plus. Epic. Ja, mach ich auch. Wie viel Glück du hast. Alter, komm schon nochmal. Zack. Ich will das Rare-Ding haben, Alter. Komm schon, gönn. Ich klicke jetzt auf jeden Fall grad die ganze Zeit. Je schneller wein klicke, desto besser. Durch kriegst du Bonus-Dinger. Bam. Oh mein Gott, die sind aber alle richtig krass. Bam. Zack, zack, zack. Wie viel hast du jetzt grade? Wie viel Flossen? 30.000. Boah, krass. Okay, das soll angeblich schon irgendwie Silber sein oder sowas, ne? Oder Bronze. Wir haben schon Silber, ich will aber Gold abzeichnen. Ich will, äh, Rettungsschirma, kennst du das? Das ist der schwarze Totenkopf. Jetzt krieg ich, ah, ich krieg jetzt 67 Siege oder was? Was soll das sein? Ne, 63. Was? Kriegst du 10% mehr? Kriegst du viele Siege? Ich glaub, weil ich Premium bin, oder? Kann sein? Könnte sein, ja. Echt? 25% Bonus. Ah. War rare. Was? Was bringt der? Wie viel bringt der mehr? Keine Ahnung. Oh Gott. Kannst du auch nachgucken bei dem, wenn du den ausfusstest. Ja, der bringt, äh, 300% oder so mehr. Alter, ich bin jetzt schon bei 50.000, äh, äh, Flossen gleich, ne? 50.000 Flossen. Ja, Mann. Ja, manche Klicker sind so schwer, weil die, Alter, ich klicke doch drauf in der Zeit noch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die gehen so schnell weg, ja? Und los. Bis zum Ende, bitte! Äh, ja! Alter, easy, komm ich hier durch jetzt. Oh mein Gott. Ey, komm schon, jetzt hier, ein bisschen Glück haben wir jetzt hier. Komm schon, wir rennen. Easy, ich bekomm 250 Siege pro jedes Mal durchschwimmen. Alter. 250? Ja, Mann. Alter. Wieso kriegst du 250? Ich krieg 100. Digga, ich bekomm immer 250 Siege, wenn ich jedes Mal durchschwimmen. Wie krass ist das? 250, du hast immer's gekauft. Nein, hab ich nicht, ich hab jetzt schon 1.000 Siege. Alter, Junge. Was? Alter, hier geht's anders krass ab. Hast du bestimmt noch Glück gehabt bei Spins oder so? Weiß ich gar nicht. Keine Ahnung. Koppelt vielleicht. Verplan. Aber gibt's hier 250. Okay, warte, komm. Bitte einmal Glück. Ja. Äh, äh. Was meintest du, kostet der nächste Bereich 2.000 oder sowas, ne? Hä, was ist denn das jetzt hier, was ich gerade bekommen hab? Oh mein Gott, ich hab' zwei Gratisspins bekommen. Was? Wie unkorrekt, Digga. Was soll das denn? Und bitte einmal Glück jetzt hier. Genau, auch mal ein Gratisspins. Ich hab' zwei Gratisspins. Hä? Wie? Was hast du? Ich krieg Flossen. Komm schon, bitte. Nochmal Flossen. Nochmal Flossen. Wow, das ist richtig schlecht, was ich bekommen hab. Ich zeig dir jetzt mal, was man macht, Alter. Ich geh jetzt in den nächsten Bereich rein, ne? Auch rein. Was? Wie geht das denn? Oh mein Gott, ich bin aber... Der Ventilator ist noch krasser. Hier muss man noch krasser schwimmen können. Alter. Okay, warte. Jetzt reicht's mir. Ich kauf mir ein Primum Egg. Ey, jetzt hol' mal nichts da. Hol' mal nichts da. Oh. Der Little Demon. Digga, was ist für Primum Egg? Ist doch voll schlecht. Ist doch voll schlecht. Wieso? Wie viel gibt das? Das ist das schlechte Haustee, was ich jemals gezogen hab. Wie viel gibt das? Mit zwar ein Robux. Karma, Digga. Du musst einsehen, dass ich der bessere Schwimmer bin, Alter. Ich hab' schon Gold jetzt, ne? Oha, okay. Ja dann, ne? Ich hab' schon 70.000 Flossen, ey. Da muss ich mir doch hier mal ganz kurz was holen. Jetzt hör' mal auf, was du kaufst da für Robux. Ich mein's wirklich ernst. Da hört der Spaß von irgendwann auf. Jetzt wird dir was gekauft. Jetzt wird dir was gekauft. Hör' mal auf jetzt, ey. Ich mach' das doch auch nicht. Oh mein Gott, wie viele Eier. Hä? Lass' das da. Alter. Was hab' ich mit krasser Haustee? Was kaufst denn die da schon wieder, Samar? Was soll denn das her? Ja, und ich bin auch im nächsten Bereich. Immer der Robux-Ausgeber. Ich bin im nächsten Bereich hier. Ey. Hast du dir Wins geholt? Guck dir das mal an. Wie krass. Guck mal hier. Zeig' mal. Ey. Was hast du da? Ey, ich kann nicht mal... Du hast zu wenig flossen, Digga! Du hast nichts Schwimmerbecken mit dir, Digga! Hey, was soll das? Oh mein Gott, ich hab' wieder zurück mit dir. Ich hab' wieder zurück mit dir. Wieder zurück mit dir jetzt nicht Schwimmerbecken. Ey, das ist aber schlecht hier. Was soll'n das? Tja, da musst du halt 75.000 Schwimmkunst haben, ne? Mindestens. Ey, toll. Ja, gut. Kein Problem. Digga, du denkst auch, du kannst hier bei den Goldfischern mitschwimmen, ne? Ja, ich dachte ich halt, dass ich was immer da mitschwimmen kann. Mit deinem Bronze-Abzeichen, Alter. Bleib mal da drüben, ey! So, ich musste im richtigen Moment halt nur klicken, Leute. Hier, ne? So. Okay, dann komm' ich mal zu den Flossen. 120.000? Mhm. Okay. Und du? 100.000. Und jetzt hol' ich dich ein Kollege. Ja, aber du hast doch so'n krasses Tier, wie das schon aussieht, Digga, mit so'n Teufel oben. Nein, das ist mein kleiner Freund Henry. Henry, der nicht schwimmbar, oder? Alter, Henry ist richtig krass. Henry, der kann nicht schwimmen, der kann nur fliegen. Wie viel hast du jetzt schon? Sag' mal. Nö, sag' ich nicht. Ich hab' 150.000 schon. Und du? Was? Ey, Bro, nicht dein Ernst, oder was? Das ist ja süß. Das ist doch nicht dein Ernst, das ist mehr als 150.000. Denn dann schwimm mal ganz links bei den Amateuren, ne? Digga, nicht dein Ernst, Bro. Nur mit deinen blöden Robux-Tieren, Alter. No joke. Alter, jetzt geht's ja richtig ab, Leute. Komm schon. Ich hab' jetzt erst 180.000. Wie viel kriegst du denn jetzt pro Klick? Maximal. Komm schon, jetzt. 1.500. Boah, hier 150 Wins, oder was? Ey, das ist so krass, wie viel Wins du einfach bekommen hast, eben. Alter. Ich krieg's ja hier auch viel mehr. Ich krieg jetzt auch wieder krasse Wins, Alter. Pass mal ganz auf. So, jetzt schwimm ich auch los. Alter, weil du ge-reburft bist, oder was? Nö. So, warte. Aber wenn man re-burft, ist man wieder von ganz nach vorne. Alter, 375 Wins, was kriegst du, wie viele? Ich trau mich gar nicht zu re-burfen. Mach doch mal. So, vielleicht hab ich's auch gemacht, wer weiß. Okay, warte. Dann kaufe ich noch einmal ganz kurz ein Ei hier, oder warte? Ja, ich glaube kurz noch ein Ei. Mhm, mhm. Oh, kommen, Dog Cave. Okay. Okay. Okay, und jetzt kann ich hier re-burfen und dann... Nein! Haha! Ich hab gar nicht ge-reburst! Als wenn du jetzt wirklich ge-reburst hast, Digga, du bist wieder bei Null! Was? Oh mein Gott! Was? Digga, du bist wieder im Baby-Becken, Alter. Ich muss bei den Amateuren spielen. Und ich bin der beste Schwimmer der Welt! Jibbi! Nein, Leute! Ja! Ah! Bamm! Rechts, links! Rechts, links! Wir müssen unsere Stärke ein bisschen erhöhen! Ja, wir müssen recht stärker werden! Warum, warum, warum? Erzähl mal! Guck mal, pass auf! Und zwar haben wir jetzt hier... Ja! Wände! Guck dir das mal an! Hier ist eine Wand, durch die wir durchboxen können! Okay! Dann würde ich sagen! Bamm! 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 Und das Ding ist, je mehr Stärke wir haben, desto leichter kann ich natürlich da durch. Deswegen müssen wir eigentlich... Oh, die hier noch, die hier noch und dann reicht! Dann müssen wir unsere Stärke ein bisschen erhöhen! Ich seh auch gerade, ich hab hier zwei Geschenke! Guck! Stack! Stimmt! Oh! Okay, das heißt hier, 500 und 150... 150 Stärke habe ich bekommen! Ich auch! Und ich habe jetzt fünf Siege! Das heißt, man kann sich... Ah, entweder kaufen wir uns drei... Ne, ich Alma 3 Eier! Ich hab keine Siege! Wie kannst du denn Steier? Du musst bei Gifts kriegen jede zwei Minuten ein neues Geschenk. Jetzt mach ich noch ein Ei auf! Egon Schwein, okay! Und noch eins... Ein Hund Selten! Oh, man Gawd... Ich hab 15 Siege ja... Okay, ich equippe die jetzt mal ganz kurz. Sie bringt mal drei Boosten. 1,8 Boosten, 1,6. Und warte, da oben ist ein Dingens. Wir können ein Glücksrad drehen. Spin. Oh, ich kann erst in einer mit so 50. 250 habe ich bekommen. 250 Stärke. Okay, pass auf, Kollege. Ich baut jetzt hier ganz kurz wieder durch die Wände durch. Bam, bam. Mach doch, mach doch. Und da vorne steht ein Win. Da vorne steht ein Win. Okay, das ist geil. Alter. Und hier? Plus ein Win. Ja. Ach so funktioniert das. Ach so. Okay. Dann brauchen wir. Wir kriegen immer einen Win am Ende von allen Mauern sozusagen. Genau, genau, genau. Okay, warte, da muss ich noch ein bisschen durchwürgen. Da müsst ihr uns am besten jetzt sparen, dass wir zehn Wins bekommen, um quasi in den nächsten Bereich zu gehen, ne? Oh nein, und ich hole mir hier drei Haustiere. Ah, du hast ja auch drei Haustiere. Ja, ich habe auch drei Haustiere. Ich habe jetzt vier Wins, habe ich jetzt hier. Ach, wir können uns auch noch andere. Oh mein Gott. Mit Stärke können wir uns andere Handschuhe kaufen. Sehe ich gerade. Die bringen uns mehr Geschwindigkeit. Aber ich weiß nicht, ob die Geschwindigkeit so nützlich ist. Und auch Trails. Die können wir uns kaufen für Wins. Oh, 500 Stärke habe ich gerade bekommen. Alter. Was kriege ich jetzt? Ich kriege 15 Siege. Nein. Ja. Okay. Okay, und damit kann ich, ich glaube, schon in den nächsten Bereich, ja, ich könnte jetzt damit schon in den nächsten Bereich reingehen. Du auch schon oder du auch nicht? Ich könnte auch schon, ich könnte auch schon. Ah, okay, dann machen wir mal im nächsten Bereich weiter. Aber 3000 ist natürlich eine Ansage. Oh mein Gott. Okay, das ist natürlich, das ist natürlich echt eine Ansage. Da müssen wir, glaube ich, ein bisschen, okay, da müssen wir, glaube ich, ein bisschen erhöhen. Ich sehe gerade, wir können hier nämlich an den Boxsäcken jetzt Level 2. Ah, hier gibt es neue. Ja, und da können wir viel schneller Stärke bekommen. Bam, bam, bam. Alter, ich kriege hier schon 20 Stärke pro jeden, für jeden Schlag auch. Ich kaufe mir jetzt hier ein 15er Ei. Ja, ich habe einen, ich habe einen Spin bekommen. Warte mal, ich drehe mal. Spin. Okay, okay. Komm schon. Oh nein. Oh, gewöhnlich. Aber was bringt das hier? Ich habe drei Wins bekommen, Alter. Das bin nur 2,1 Boost. Das ist doch richtig schlecht. Dafür habe ich 15 Wins ausgegeben. Das war ja richtig schlecht. Alter, du musst mal Auto Punch anmachen. Ja, ich weiß. Das finde ich viel schneller. Der haut die ganze Zeit hier rauf. Ich bin doch gleich schon... Ah, jetzt kriegt man da 10 Wins. Ah, schon eins. Wo bekommst du 10 Wins? Hinten, ganz hinten. Aber bist du durchgebracht? Fast, 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 fast. Bis fehlen noch ein paar Wände. Da kann ich nochmal ganz kurz mir ein bisschen mehr kaufen hier. Was hast du mir geholt? Ich habe ein bisschen Stärke noch gekauft. Bürobugs? Vielleicht. So, jetzt. Okay, okay, okay. Komm bitte, neues Tier, bitte was Gutes. Oh, das ist ja sogar noch schlechter. Warum sind denn die Tiere hier so schlecht? Die kosten... Das ist, weil du zu gierig bist. Die kosten so viel, Alter. Ich habe eine Idee. Ich schaue jetzt hier ganz kurz durch. Und dann gehe ich gleich zurück und hole mir da auf diese 5er Eier. Die waren, glaube ich, viel krasser als diese 15er Eier. Warte, ich habe einen Spin. Okay. Spin und bitte was krass ist. Ein Win. Ey, wow. Man kann auch Bies bekommen, weiß ich gerade. Und ich habe ein neues Geschenk. Was ist das? 30 Minuten doppelte Stärke. Oh, ich sehe es. Stimmt. Okay, okay. Ich boxe gerade richtig durch. Ich habe schon 35 Wins, Alter. Ich muss ein bisschen sparen. 30? Du musst ein bisschen sparen. Willst du schon in den nächsten Bereich oder was? Würde ich sagen, oder? Ja, können wir eigentlich echt machen. Aber ich bin überlegen, ob ich noch ein besseres Haustier kaufen soll. Ah ja, okay. Dann lass... Ich gehe einmal kurz hier zurück, weil ich schnappe jetzt hier diese 5er Eier. So, komm, schon ein bisschen Glück jetzt hier. Hier, Goldmaschinen. Nein. Ja, da kannst du dir die Duplikate reintun, ne? Oh, ja. Wieso, was hast du gemacht? Ich habe es mit einem goldenen Tier gemacht. Drei Stück. Was? Wie, drei Stück? Hast du so viel vor einem, oder? Das goldene Reh. Wow. Warte mal. Wow. Du musst dreimal das Gleiche haben. Habe ich aber nicht. Okay, warte, komm schon, bitte. Oh, noch ein Bär. Oh Gott, bitte sagst du, ich kriege jetzt noch ein Bär vielleicht. Bitte noch ein Bär. Oh Gott, was? Ein Reh. Was kriege ich hier gerade alles? Nein, ich bekomme gerade noch Müll. Komm schon. Nein, ich bekomme hier noch Müll. Okay, warte, ich habe jetzt hier. Ich warte, mir fehlt noch. Okay, ich brauche ein bisschen mehr Siege. Ich muss einmal ganz ein bisschen durchboxen. Epic! Was? Was hast du bekommen? Das drittseltenste habe ich bekommen gerade. Nochmal! Okay, warte, ich boxe kurz ein bisschen durch. Ich brauche nochmal ganz ein bisschen Sinn. Nochmal! Sag mal, was kriegst du denn? Wie viel Rundes hattest du denn? Und jetzt kann ich die, bin ich die Epic, die drei Epic-Dinger. Und bitte jetzt gönnen. Hast du die Fünfer gegönnt? Nein, alle weg. Die alle weg. Und drei Stück. Ja, wenn du an die goldene Maschine rangehst, dann gehen die weg alle, wenn du in der Fahrkammer haust. Ja, jetzt auch. Mann, Digga, ich hatte dreimal Epic. Wie, die gehen alle weg? Ja, wenn du dir halt drei Stück zusammen... Du kannst jetzt auch zwei Stück zusammen was. Geh mal ran, hast du zwei gleiche? Geh mal ran, da. Nein, nein, da ist die Chance nicht so gut. Fuchs habe ich auch noch. Epic. Mein Gott, das ist halt... Warte mal. Bro, ich hatte dreimal einen Fuchs und die sind alle weg. Drei Stück. Mann. Das ist natürlich... Ich habe voll viele verschiedene Haustiere, aber egal. Ich würde mal sagen, ich boxe jetzt mir ein bisschen weiter durch. Ich hätte schon was auf dem nächsten Bereich, weil dort gibt es natürlich wieder neue... Boah, da sehe ich nämlich ein krasses Ei. Und ich kriege auch das nächste Geschenk schon wieder in zwei Minuten, was natürlich viel optimal ist. Wie viel Stärke hast du gerade? 3700. Boah, ich habe 1000. Du hast doch was gekauft für Robux. Was hast du gekauft? 2500 Stärke vielleicht. Digga, das kann ich nicht glauben, dass du dir das geholtest. Das war ja wieder klar. Das war ja wieder klar, dass du dir das geholtest. Hier gibt es doch Potions, ich habe die noch gar nicht benutzt. Du musst die jetzt aktivieren, die Doppelstrange. Nein. Du musst die jetzt aktivieren. Boah, gut, dass du es sagst. Gut, dass du es sagst. Alter, jetzt haue ich ja richtig krass durch hier. Schon gewundert. Jetzt ist die jetzt aktiviert. Boom, 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 boom. Boah, Alter, die hat 16.000 Stärke, ne? Und hier, ich drehe am Glücksrad. Bitte, jetzt gönne ich noch mal was krasses. Ich kann es erst in einer Minute machen. 250 Stärke. Ich hau da jetzt richtig krass durch jetzt hier, ne? Dann habe ich schon 50 Wins jetzt gleich. Oh, was? So schnell? 41 Wins. Was? Kannst du mal sehen hier, Kollege. Bam, bam, bam. Ich will den Engelbestangen. Ich will den Engelbestangen, hol ich mir hier. Ich will was kaufen, ich weiß nicht, ob das... Und 50 Wins, zack. Hast du? Ja, der neue Bereich ist frei. Warum hast du so schnell auf euren 50 Wins bekommen? Na, vielleicht für Robux. Ah, okay. Oh, hier können wir wieder Dings, hm? Bam, bam, bam. Oh, was? Zack, zack. Also, es gibt auf jeden Fall... Es gibt ziemlich schnell eigentlich, ne? Es gibt echt stark Stärke, ne? Ja. 4100 hat er jetzt schon? Richtig schnell. Die machen richtig rambazamba hier, ne? Aber echt? Okay, warte, ich bin überlegen, ob ich mir das Ei kaufe. Aber ich glaube, das war nicht so schlau eben, so, das billige Ei zu kaufen. Ich hau mal lieber ganz kurz hier nochmal durch. Ja, warum muss ich irgendein fast Ei da holen? Das wäre doch eigentlich schon cooler, oder nicht? Ja, ja. Meinst du, so ein 50 Dinger Ei, oder was? Ja, ja, für 50 Wins, ja. Was meinst du, was da rauskommen? Ich glaube, ich bin überlegen, dass jetzt... Ja, ich kriege in 20 Sekunden auf jeden Fall gleich Dingens. Äh, mein Spin und ein neues Geschenk. Ah, ja, okay. Mal gucken, was es dann wird. Ich kriege... Ich kriege die Toxic Hydra! Ich kriege die Toxic Hydra-Haustier, steht da. Oh mein Gott, das ist, glaube ich, so ein richtig seltenes Haustier, ne? Da komme ich auch nur zwei Minuten erst. Alter, bin ich hier richtig durch? Okay, ich habe einen Spin. Die Wände, Alter, die haben keine Chance. Jetzt kommt schon, bitte. Jetzt das Biest, jetzt das Biest, jetzt das Biest, das Biest, das Biest. Nein, ein Win. Aber jetzt kriege ich die Toxic Hydra hier. Claim. Ich habe eine Hydra bekommen. Und die 3,5 Boost. Alter, wie lange ich hier ranhauen muss an die Wand, damit die kaputt geht? Ja, ich bin jetzt, glaube ich, durch, oder? Ich bin trotzdem schneller als du. Alter, die hat 300.000... Hä, warum bist du schneller als ich? Alter, ich bin... Wie viel Stärke hast du gerade? 4.200. Ich schlag auch viel schneller als du. Alter, ich bin schon wieder durch, durch Nächste hier. Durch die Geschwindigkeit, ne? Zack. Okay, warte. Und ich habe auch 5.300 Sterne. Oh mein Gott, das schlag ich auch viel schneller. Alter, das ist schlau mit den Handschuhen. Ja, okay, okay. Das war echt schlau. Jetzt habe ich mir gerade den Handschuh gekauft. Ja. Den grünen nämlich. Und Trails gibt es auch noch. Und BAM! Ich habe 50 Wins bekommen. Als ob. Was? Oh mein Gott. Okay, Alter, wie kommst du da so schnell durch gerade? Soll ich mir für 150 Wins gleich das andere holen? Das sieht auch krass aus. Dieses andere Ding. Ich weiß nicht. Wo bist du denn jetzt? Bist du noch am hauen gerade? Ja, ja. Ich habe wieder eine neue Runde. Wie viel Stärke hast du denn? 5.300. Und du? Wieso hast du so viel Stärke? Ja, ja, ja. Ah, so ein Ding. Also, okay. Ja, gut. Das kriege ich auf jeden Fall auch hin. Kein Problem. Du hast doch gar nicht genug Robux, Alter. Das war jetzt bei den letzten Robux, die ich jetzt ausgeben habe gerade. Ja. Jetzt hole ich dich ein hier. Guck mal, der hat 17.000 Stärke dahinter dir. Ich weiß, der ist richtig krass. Das ist richtig krass. Ich würde sagen, wollen wir uns mal dieses krasse Ei holen jetzt? Ja, wir fehlen noch 8 Dingens. Wir fehlen leider noch 8. Dann mach kurz den 10er. Einen weiter zurück. Stimmt, stimmt, stimmt. Dann holen wir das 150er Ei, ne? Ja, genau. So, warte. Alter, da bin ich ja mal gespannt, was wir da rausbekommen. 100. Bam, 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 bam. Alter, die Welt haben gar keine Chance, ja? Alter, ich kriege so schnell 10 Wins, ne? Alter. Ich fühle schneller als das andere. Als 50er, ne? Okay, ich habe jetzt. Hol ein 50er Ei holen, oder was? Ja, los geht's. Bam, 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 bam. Und komm schon ein bisschen Glück vielleicht. Boom. Bitte. Purple, oder sowas. Legendary. Nicht dein Ernst. Ich habe das seltenste bekommen. Purple Dragon. Ich habe den grünen Drachen. Du hast das schlechteste. Ich habe den Purple Dragon. Du hast den Purple Dragon. Ich habe das seltenste bekommen, was man holen kann. Ey, was für ein Lacker bist du denn. Mal 4,4 Boost. Das ist schon nicht schlecht, ne? Der Boost. Naja, aber mein Reh hat 3,9. Naja. Also irgendwie sind die Boosts von den Aussehen echt nicht so krass, ne? Ne, das sind nicht so krass diesmal. Oh, guck mal. Ihr habt mich ein Geschenk gratis? Und jetzt bekomme ich noch die Toxic Hydra. Bam, 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 bam. Hydra ist in Ordnung. Die hat 3,5. Okay, nimm mal mit. Warum hat dein Ding jetzt so viel? Mein Reh? Weil ich habe das goldene Reh. Bam, 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 bam. Und Glücksrad drehen. Und Glücksrad drehen, Biestmode. Komm, gön, 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 gön. Komm, ich gehe jetzt hier, ich gehe jetzt hier, zack. BIE! Jetzt. Nein, 500 Stärke. 500 Stärke. Ich dachte schon, dass... 500 Stärke? Ja, ja. Ich hau jetzt da richtig krass durch, Alter. Wegen dieser doppelten Stärke. Bum, bum, bum. Er ist schon nicht schlecht, am Boxer ein bisschen zu trainieren. Ja, aber ich habe auch fast 6.000 Stärke gerade. So, warte, jetzt habe ich, zack, erst mal wieder 50 Wins. Jetzt gehe ich hier wieder kurz... Trainieren wie ein Profi, ja. Bam, 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 bam. Alter, ich baue mich hier durch die Wände. Ich hole mir jetzt hier das andere Ei. Hier hole ich mir jetzt hier nämlich das Ei. Für 30. Das ist, glaube ich, besser. 30? Da gibt es nämlich den... Alter, man kann hier für 20% ein Dings bekommen. Legendary Ding. Und ich kriege das normale, die ganz normale Ente. Was bringt die? Also, ich glaube, was krasseres als mein Haustür, was ich eben gezogen habe, kannst du bisher nicht ziehen. Also, warte, ich habe in 30 Sekunden meinen Spin, ne? Na gut, dann kommt wieder noch einmal ganz kurz. Bam, bam, bam. Okay, ich habe einen Spin. Bitte das Biest. Bitte das Biest, habe ich dich eingeholt. Nein, 250 Stärke habe ich bekommen. Ja, wie schlecht. Warte, ich kann nochmal? Wie schlecht. Ich kann nochmal spinnen. So? Nein, okay, also 5 Minuten. Und ich bekomme auch nochmal den Legendary Shark aus diesem 22% Chance. Nicht dein Ernst, Alter. Ja, was ist denn so ein Glück? Wow, ich habe ja anders Glück heute. Warte, ich habe den schon jetzt auch. Den habe ich jetzt auch. Komm schon. Der ist sogar krasser als der Purple Dragon, den ich eben gezogen habe. Was? Als ob? Ja, ich bin auch. Legendary Shark. Der hat 4,5, ne? Ja, Mann. Alter, ist der stark. Okay, sehr gut. Alter, sehr gut heute auf jeden Fall. Sehr schön. Wir haben alles auseinandergenommen. Juhu. Was geht ab, Leute? Heute ist soweit. Wir spielen den Gumball Tycoon. Bedeutet, wir werden jetzt heute unseren kompletten Kaugummi-Automaten füllen und was richtig, richtig krasses hinbauen, Leute. Das wollt ihr auf jeden Fall nicht verpassen. Das wird heute richtig cool. Wir haben heute alle verschiedenen Kaugummi-Geschmacksrichtungen, wie zum Beispiel Gummiball, Minzgummi, Schnee, Gumball und sowas. Das sind auf jeden Fall echt richtig, richtig coole Sachen am Start. Also, das wollt ihr auf jeden Fall nicht verpassen, Freunde. Deswegen lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn ihr von der Märzen möchtet. Und ich würde sagen, wir machen jetzt schon mal hier die erste Fabrik auf. So, Freunde. Dann geht auf jeden Fall hier gleich schon mal der erste, beziehungsweise die ersten Kugeln, die jetzt hier schon mal runter, Leute. Und die gehen jetzt anscheinend hier direkt rein. Und wir können hier anscheinend das Ding länger öffnen, so für drei Sekunden. Weil jetzt geht es nicht wieder zu. Und zwar genau in einer Sekunde. Und jetzt ist es wieder zu, Leute. Und jetzt können halt die ganzen Kugeln nicht mehr reingehen. Das heißt, hier müssen wir auf jeden Fall das Ganze schneller aufmachen, beziehungsweise hochleveln, Freunde. Und deswegen hier, guck mal, wir müssen mal jetzt hier anscheinend so Kaugummis laden. So, das heißt, hier ordentlich jetzt hier die ganze Zeit bup, 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 Freunde. Jetzt kommen hier die ganzen Kaugummis. Aber wir wollen natürlich noch mehr haben. Deswegen würde ich schon mal sagen, Leute, kaufe ich mir eine kleine Finanzspritze. Und holen wir jetzt mal am besten mal ganz kurz 100.000 Dollar. Soll auf jeden Fall noch okay sein, so, Leute. So eine kleine Finanzspritze, 100.000 Dollar. So, ist gekauft. Und wir können jetzt nämlich damit schon mal die ersten Sachen so kaufen. Wie jetzt zum Beispiel hier vorne eine neue Kaugummi-Richtung. Oder wie zum Beispiel hier so ein Kaugummi-Upgrade oder sowas, Leute. So, das heißt, hier, guck mal, können wir jetzt hier zum Beispiel so einen Kaugummi-Upgrader holen, Leute. Oder noch einen weiteren Kaugummi-Upgrader. Oder da vorne noch einen Kaugummi-Upgrader, Leute. Aber das Ding ist, wir kosten auch schon wieder 50.000 Dollar, ne? Wir können jetzt erstmal hier so einen kleinen Kaugummi-Geber jetzt hier uns holen. Das heißt, hier, guck mal, können wir uns selber so ein kleines Kaugummi holen, Leute. Und das können wir halt essen, ne? Guck mal, wie hoch unten seht ihr gerade, ist Stufe 1, Leute. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel eine neue Kaugummi-Richtung hole, die Kirschgummi, dann sollten wir, glaube ich, gleich hier vorne, guck mal, ich mache mal ganz kurz einen Gummibaum, Freunde. Also Gummibaum ist jetzt auch hierhin gemacht. Ich mache mal Autosammelbaum, mache mal 10.000 Dollar, Leute. Dann sammelt ihr auf jeden Fall mal automatisch das alles weg. Kümmern wir uns oben ist unser Multiplikator. Oben ist dann auch unser Geld. Wir können zum Beispiel jetzt hier das Ganze upgraden oder so umschalten, Leute. Das heißt, hier können wir das zum Beispiel jetzt höher machen oder halt ausmachen, Leute. Also guck mal jetzt, oh mein Gott. Und es ist auf jeden Fall jetzt hier gerade alles schon angesammelt. Das heißt, ich mache jetzt mal ganz kurz hier das Tor auf für weitere 3 Sekunden beziehungsweise länger öffnen wir jetzt mal hier für 45 Sekunden. Okay, das nächste kostet 70.000. So viel habe ich jetzt gerade leider nicht, Leute. Und wir brauchen anscheinend, oh Leute, wir brauchen anscheinend ein bisschen mehr, oh mein Gott, wir brauchen ein bisschen mehr Lagerplatz, ne? Okay, jetzt heißt es, ich muss auf jeden Fall ein bisschen den Lagerplatz erhöhen, Leute. Das heißt, hier kann ich erstmal automatisches Sammeln machen. Und dann kann ich nochmal ganzes Kaugummi-Limit erhöhen. Auf 100, Freunde. Und dann kriegen wir nämlich auf jeden Fall ordentlich Geld. Also jetzt wird das ja auf jeden Fall erstmal alles hier schon aufgemacht, Leute. Und ich gucke jetzt mal hier, dass ich den VIP-Upgrader hole, Freunde. Für 150 Robux. So. Ich habe jetzt hier schön den VIP-Upgrader geholt. Jetzt will ich natürlich auch gucken, dass ich halt irgendwie den, äh, die Geschmacksrichtung anders mache. Und zwar gehe ich jetzt hier vorne hin, Leute. Und jetzt kann ich hier anscheinend, äh, einmal ganzes das drauf drücken. Und dann kommen die, glaube ich, anscheinend hier raus. Und ich mache jetzt mal ganzes hier so einen Wertleser, Leute. Den habe ich mir jetzt auch noch gekauft, Freunde. Das heißt, hier wird auf jeden Fall dann anscheinend die ganzen Sachen. Guck mal jetzt hier. Jetzt können wir mal sehen, wie viel, äh, wert die quasi sind. Na, jetzt sind die 126 Dollar wert. Meint die sind auf jeden Fall ein bisschen mehr. Das heißt, hier kann ich direkt schon mal meine Kaugummi-Sachen erhöhen. Das heißt, Blaubeergummi, Traubengummi, Kiwigummi, Freunde. Das heißt, jetzt haben wir schon mal ordentlich viel mehr, äh, was da rauskommt. Ihr könnt jetzt schon mal sehen, wie das aussieht, Leute. Hier muss ich vorne ganz kurz das Tor mal wieder aufmachen. Und ich kann hier gerade einen Kaugummi-Upgrader holen, der das quasi so zum Sparkeln bringt. Den hole ich mir mal ganz kurz. So, und das Ganze ist auch geholt. Jetzt können wir auf jeden Fall hier vorne, wie ihr sehen könnt, wieder ein bisschen mehr Geld einsammeln. Ich gucke mal gerade Dampf-Upgrader, Leute. Äh, hier ist nämlich noch so ein Regenbogen-Damp. Ich würde mal sagen, das Kaugummi-Limit erhöhen wir mal wieder ganz kurz. Und das Autosammelgeschwindigkeit-Ding erhöhen wir auch mal noch ganz kurz. Ich kann natürlich auch die jetzt nochmal laden lassen. Aber, Freunde, ich gehe jetzt hier mal ganz kurz vorne hin. Und, oh mein Gott, hier kommt halt so viel, Leute. Das ist echt unnormal, ne? Wir sind immer noch auf Stufe 1. Wir haben immer noch Orange, Leute. Das kann nicht sein, dass wir immer noch Orange haben. Ich muss das wahrscheinlich halt irgendwie ein bisschen besser machen. Oh, warte mal. Ich kann jetzt schön die ganzen Dinge einsammeln. Die bringen natürlich jetzt nicht so besonders viel Geld, Leute, sich gerade. Also ein bisschen schon, aber jetzt auch nicht so richtig krass. Und, ähm, wir haben uns auf jeden Fall gerade schon wieder 100.000 Dollar bestellt. Ich muss gucken, wie ich unseren Multiplikator erhöhe, ne? Oh Gott, ich muss das schnell aufmachen, Leute. Sonst verschwindet das ja echt alles. So, jetzt hier alle schön rein. So, sehr gut. Und, ich würde sagen, ich kaufe jetzt mal ganz kurz richtig viel Geld, Freunde. Damit wir auf jeden Fall jetzt hier richtig schön was kaufen können. Ich würde sagen, ich kaufe mal ganz kurz 500.000 Dollar, Freunde. So, und das ist jetzt auf jeden Fall gekauft, Leute. Jetzt können wir hier schon mal den nächsten Kaugummi-Upgrader uns holen, Leute. Dann werden die ganzen Kaugummi so auf jeden Fall richtig, richtig krass geupgradet, ne? Ich gehe jetzt hier vorne direkt davon natürlich weiter. Und kaufe jetzt hier mal ganz kurz, weil hier sind die auf jeden Fall nochmal, hier werden die nochmal anders gemacht. Dann schön den Dampf-Upgrader, Leute. So, und dann nochmal ganz kurz den Dampf-Upgrader. So, und ich mache nochmal den Regenbogen-Dampf-Upgrader. Den nehme ich mir auch nochmal ganz kurz. So, das heißt, jetzt werden wir auf jeden Fall, guck mal, wir können jetzt gleich sehen, ich mache nochmal ganz so das Ding auf. So, und jetzt gehen die halt, guck mal hier hoch, die Preise gehen. Wie viel wirst du durch mehr bekommen, Freunde? Und das ist ja richtig krass. Okay, warte mal, ich mache nochmal ganz so das Kaugummi-Limit erhöhen. So, und dann mache ich nochmal hier am besten, äh, die, ich, warte mal, kann ich jetzt irgendwie so machen, dass ich mehr Kaugummis da rausgesammelt bekommen, Leute? Das muss ja irgendwie funktionieren, ne? Dass ich jetzt hier irgendwie mehr von diesen Kaugummis bekomme. So, jetzt müssen wir hier drauf drücken. So, warte mal, ich muss jetzt mal hier, glaube ich, wieder neue Richtungen kaufen. Und zwar, Zitronen-Gumball. Guck mal, jetzt hier erstmal schön, guck mal, die ganzen Dinger jetzt hier holen, Leute. So, zack, zack, zack. So, das heißt, das sind jetzt auf jeden Fall alle Sachen, die ich jetzt geholt habe. Und dadurch habe ich jetzt, glaube ich, hier ordentlich schon mal mehr als die Nummer 350.000. So, und der ganze Rest wird natürlich wahrscheinlich richtig viel kosten. Jetzt kommen wir auf jeden Fall, oh mein Gott, wie viele Kaugummis hier jetzt schon kommen, Leute? Okay, warte mal, ich muss ganz kurz das Tor hier aufmachen, Leute. So, Tor ist aufgemacht, das heißt hier, kaufe ich nochmal, dass es dann danach für 70 Sekunden offen ist. Und Autosammelgeschwindigkeit, äh, brauchen wir eigentlich gerade noch nicht hoch machen. Obwohl, oh mein Gott, Leute, guck mal, wie das hochgeht. Wie viel Geld wir jetzt hier bekommen, Leute, wie das aussieht. Oh mein Gott, okay, warte mal, das ist natürlich jetzt gerade richtig, richtig krass, ne? Hä? Wir kriegen gerade unnormal viel Geld, Freunde. Okay, warte, ich muss mal ganz kurz die Autosammelgeschwindigkeit 2. So, und danach, wo ich mir jedenfalls hier, glaube ich, gleich länger öffnen, und zwar 3 Minuten mache ich dann, ne? Leute, wie das aussieht, ey, wie viel Geld bekommen wir denn bitte schon gerade? Okay, warte, warte mal, ich muss jetzt hier 3 Minuten öffnen. So, und dann Timer entfernen. Ich würde sagen, wir machen den Timer entfernen, Leute. So, und wir haben jetzt auf jeden Fall entfernt, Leute. Das heißt, hier ist jetzt auf jeden Fall kein Timer mehr am Start. So, das heißt hier, das Ding ist auf jeden Fall immer offen. Und ich gucke jetzt ganz kurz nach vorne, dass ich nochmal weitere Geschmacksrichtungen kaufe. Wie hier zum Beispiel Wassermalon-Gumball, Leute. Da habe ich hier vorne mal ganz kurz den Schnee-Gumball. Und das Gute ist sogar, während wir jetzt gerade ein bisschen Geld sammeln, kann ich hier sogar, Leute, ein paar Obbys machen, womit wir quasi ein bisschen mehr Geld bekommen. Das heißt, hier können wir zum Beispiel Finish for 1 Minute Double Rush. Das heißt, dann kriegen wir für eine Minute anscheinend doppelt so viel Geld. Und diese Obby, Leute, die ist da über, über, übertrieben einfach. Das heißt, die kriegen wir auf jeden Fall entspannt gemacht. So, hier. Und jetzt haben wir auf jeden Fall... Muss ich jetzt hier rauf gehen? Ja, Doppel Rush, Leute. Jetzt haben wir anscheinend Doppelzucker. Okay, jetzt habe ich doppelt so viel Geld, ne? Oh, mein Gott. Okay, das heißt, das war schon mal die leichte OB. Ich gucke mal, hier mal ganz kurz da vorne, Leute. Und kaufe nochmal ganz kurz hier die anderen. Und zwar einmal den Schnee-Gumball. Dann nochmal den Schnee-Gumball, Leute. Und dann habe ich gerade wieder nicht genug Geld. Das heißt, jetzt können wir in der Zeit, wo wir jetzt das Ganze uns alles ansammelt. Oh, mein Gott, Leute, wir haben jetzt gerade echt multiplikat, haben wir zwei, ne? Okay, das heißt hier, ich glaube, ich mal ganz kurz den glänzenden Upgrader, Leute. So, und dann noch einmal den Autosammelgeschwindigkeit 3. Hoh, ich mache nochmal ganz kurz, Leute, hier. Zack, Autosammelgeschwindigkeit 3 ist auch gekauft. Und den Chance-Oval-Upgrader, Freunde, ich würde sagen, den holen wir jetzt auch mal ganz kurz. Das heißt, hier, guck mal, sind auf jeden Fall die Sachen richtig, richtig dick viel wert, Leute. So, jetzt gehe ich mal ganz kurz hier vorne hin und mache jetzt mal hier die, auf der anderen Seite, die schwere OB, Leute. Weil dann kriegen wir, glaube ich, richtig viel Geld. Dadurch kriegen wir nicht anscheinend für zwei, dadurch kriegen wir, glaube ich, zwei Minuten, ja, Mann. Dann kriegen wir zwei Minuten Double Rush, Leute. Das heißt, hier, oh mein Gott, okay, man kann schon sehen, das ist echt einer der etwas schwereren Obbys. So, hier schon mal über die ganzen roten Teile rüber. Hier, also auf jeden Fall auf jedes Teil rauf. So, Freunde, hier nicht das Rote berühren. Oh mein Gott, okay, wir haben auf jeden Fall gestern den Tower of Hell gespielt, Leute. Das heißt, wir sind auf jeden Fall noch ganz gut trainiert. Und zack, jawohl, jetzt haben wir, glaube ich, nochmal Double Rush oder sowas. Ja, Mann, jetzt haben wir viereinhalb Minuten noch doppelte, äh, Dingens, Leute, doppelte Geschwindigkeit. Oh mein Gott, das ist halt echt richtig krass, ne? Okay, warte mal, ich habe jetzt hier, oh mein Gott, was, wir haben 30 Millionen Dollar. Okay, warte mal, ich komme jetzt mal ganz kurz hier, Minzgummi, noch ein Minzgummi, Freunde. Dann noch ein Minzgummi, dann Orangergummiball, dann noch einen Orangenen und noch einen Orangenen, Freunde. Wenn ich jetzt hier auf alle kaufen gehe? Ah, okay, das heißt hier, ah, okay, das ist dann so, dass man sich alle Buttons kaufen kann, ne? Und jetzt kriegen wir auf jeden Fall gerade richtig, richtig viel Geld, Leute. Oh mein Gott, jetzt kriegen wir gerade mega, mega viel Geld, Freunde. Was? Okay, warte mal, ich kann jetzt sogar hier schneller werden, ne? Das heißt, bei den anderen sieht es quasi jetzt gerade, glaube ich, genauso aus, ne? Ich glaube, ich habe jetzt, oder? Warte mal, ist das da vorne noch, glaube ich? Da vorne kriegt man, glaube ich, da steht da 10.000 Cash, äh, neuer Code. Achso, 10k Cash ist übrigens der Code, Leute, den ihr eingeben könnt, um ein bisschen mehr Geld zu bekommen. So, aber unser Tycoon, oh mein Gott, wir können jetzt hier Wiedergeburt einmal, Leute. Oh, dann können wir uns das, warte mal, dann können wir komplett Wiedergeburt, äh, uns das, warte mal. Ich meine, das war ganz aus Wiedergeburt, Leute. Oh, jetzt haben wir eine Ananas-Gumbo bekommen, Leute. Oh mein Gott, warte mal. Jetzt können wir hier quasi, mehr Aromen hier. Leute, dann können wir quasi so ein bestes Zahnfleisch aktivieren und sowas. Das heißt, dann können wir quasi so richtig loslegen, Freunde. Und hier ist auch Zitronen-Gumbo und sowas, ne? Also, ich würde sagen, Leute, wenn ihr vorhin noch ein Zweitbad sehen wollt, wie wir den kompletten Tycoon wieder und wieder durchspielen mit neuen Rebirth-Sachen, ne? Lasst euch auf jeden Fall jetzt gerne ein Like und ein Abo da, Freunde. Checkt unbedingt die bei Viewsofts. Haut rein, bis morgen. Ciao, ciao.